Hallöche Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen frischen Folge The Long Dark, wo wir uns im Storymodus befinden. Tja, uns ist ja geglückt im letzten Part und somit auch ja im ersten Part erstmal uns ein bisschen hier durchzuschlagen, ein bisschen diverse Kisten und die Kartons hier ein bisschen abzuluten, da war ja auch teilweise sogar ein bisschen was drin gewesen und jetzt ist es halt hier, liegt es an uns, Tag 4 ist angebrochen und wir sollen uns ein bisschen durch die Schlucht hier versuchen zu kämpfen und uns diverse Nahrung zu sammeln und uns wurde schon gesagt, wenn wir irgendeinen Krähen hören oder sehen am Himmel oben, das deutet auch immer ganz oft hin auf irgendein Tierkadaver oder sogar eine menschliche Leiche, wie sie ja... Obwohl, habe ich hier nicht schon gesehen? Hä? Ne, jetzt bin ich aber fertig. Habe ich hier nicht eine Leiche irgendwo gesehen schon? Hm. Naja, wie dem auch sei, ich denke mal, wir sollten den erstmal... Warum ist das jetzt nicht auf Deutsch? Warum war das eben nicht auf Deutsch? Fleisch, alles raus. Gib mal Kette. Kollege, wir brauchen mal zu essen. Ne, und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier bei einer neuen, frischen Runde. Zerlegen? Ja, ist doch gar nicht mehr. Siehste? Okay, wir haben Nahrung, die wir uns braten können. Roßfleisch. Alles essbar kann nicht... Achso, kann nicht höher so. Auch wenn ihr Hunger nicht plagt. Roßfleisch. Ja, ja, ja. Keine gute Idee. Das ist logisch, ne? Lebensmittelvergiftung. Parasiten nicht vermeiden. Aha, ja. Sollte natürlich immer... Warte, ne? Sollte natürlich auch immer gekocht werden. Das heißt, wir sammeln uns hier noch ein bisschen das Holz ein. Hier haben wir noch... Will's Mantel mitnehmen. Kleidung. Ja, ja, ja. Schütz dich vor Kälte. Und hast du nicht gesehen? Wie gesagt, das ist ja alles... Wir kennen das ja alles schon vom Prinzip her. Wir wissen ja, was zu tun ist. Das können wir jetzt noch immer nicht nehmen. Die Hagebutten hier, leider. Finde ich ein bisschen schade gerade. Und jetzt... Jetzt erst mal der Rucksack. Hallo? Den kann ich gar nicht... Na, dann nehmen wir eben den Koffer. Oh, doch mal sch... Ach, guck, guck, guck. So kalt. Verschlossen. Dann sollten wir den uns erst mal... Oh. Jackrabbit, remote transport. Mackenzie speaking. Well, slow down, Maureen. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Uh... Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No, no, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor. Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick and... Great Bear? There's nothing there anymore. Not since then. I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait. Questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look. The weather out there is bad. Bad. But it's getting worse. You walk in here after... Years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. You can't bring him back. You can't bring him back. The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Okay, jetzt haben wir halt gesehen, was vorher so passiert ist. Und die haben wohl jemanden gesucht. Ich hoffe, sie hat nicht mehr für das. Ja, genau. Können wir jetzt hier noch den Rucksack öffnen? Nein. Wir haben jetzt zwar den Koffer, aber... Was bringt uns der? Wir wissen ja die Kombination gar nicht. Aber vom Prinzip her, wir könnten die natürlich auch aufbrechen, ne? Okay, aber das erste, was wir jetzt natürlich wieder machen werden, ist... Essen. Vorbereiten. Wir machen uns einmal schön einen Snack. Ich finde das natürlich super, da das hier trotzdem immer alles noch schön... ...im Survival-Modus so erhalten ist. Ah, da haben wir jetzt nichts mehr. Dann dauert es natürlich auch ein bisschen länger. Brennzeit. Acht Minuten. Ach Gott, oh Gott. Dann können wir auch erstmal die Zeitung nehmen, ne? Oder die Birkenrinde. Okay, Zehnernholz haben wir ja dann auch noch. Okay, dann müssen wir halt wieder ein bisschen a- 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 ausharren hier. Äh, äh, äh. Da kommt der Stotterfritze wieder durch. Komm schon, komm schon. Komm schon. Das muss doch irgendwie klappen hier. Und dann werden wir uns erstmal hier ein bisschen schön... ...Hirsch-Filet machen. Ein bisschen Hirsch-Filet. Aber das sieht aber gut aus. Komm schon, das greift. Ja, das knistert doch schon mal los. Jawoll. Müssen wir gleich was nachlegen hier. Der Zehnernholz ebenfalls rauf. Und jetzt machen wir uns erstmal schön was zu essen hier. Leg mal auf den Braten. Heizleistung. 60%. Rauf. Wir brauchen was zu essen. Dann müssen wir uns mal alles schön durchbraten. Das sieht nämlich so aus, als wenn wir das sogar packen. Och, dicke. Dicke. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und das letzte Stück. Natürlich auch noch rauf. Ah, schön, ne? Wie jetzt halt so die Schicht uns nochmal ein bisschen so... ...nah gebracht wurde. Ich finde das ja toll, ne? Dann stellen wir uns hier erstmal schön am Feuer hin. Und werden uns erstmal eine schöne... ...Rehkeule reinhauen hier. 100%. Erstmal. Oh, viel war das jetzt aber nicht, wa? Nehmen wir noch ihn. Wäre vielleicht ein bisschen Verschwendung, ne? Wir können ja auch erstmal noch was trinken. So, jetzt geht's uns doch schon wesentlich besser. Können wir uns ja noch ein bisschen am Feuer wärmen. Und, äh... Was ist denn jetzt die nächsten... Was, was sollen wir denn noch... Was sollen wir denn noch machen? Du brauchst Nahrung... ...und, äh... ...lündere... ...alles, was du kannst... ...und is... ...bist du satt, bist du ja... Ah, ah, halt an, halt an, halt an. Wir müssen sogar noch was essen. Das ist nämlich das Ding. Jetzt fehlt eh so ein kleiner Pups, oder was? Und dafür muss ich jetzt das ganze Ding nochmal... Essen. Ja, wir sind doch jetzt satt, oder nicht? Oder was? Essen. Ja, wir sind satt. Ist doch alles erledigt denn jetzt, oder nicht? Äh, oder so wie die Schlucht? Ich glaube, du bist stark genug, bis zu... Ach, so. Ne, vom Prinzip her sind wir das ja nicht. Wir stark genug sind, die Schluchts herunterzuklettern. Aber wo? War das runter? Oder war das rauf? Was stand da eben? Mensch, sag mal. Außer Schluchts zu... Ach, doch, da oben dann wahrscheinlich, ne? Oder da. Nee, da geht's ja gar nicht weiter, ne? Wird schon hier unten sein, denke ich mal. Das sieht ganz danach aus, als wenn wir hier hochklettern sollen, dann. Verstehst du nicht, warum wir den Rucksack nicht plündern können? Nichts. Schade. Hier werden wir nicht... ...klettern. Komm schon. Natürlich! Knöchel verstaubt! Haar geboten. Okay, okay, okay. Mutter der Natur als Medizinschrank. Behalte... Äh... Behalte Haar geboten. Hm, hm. Wasser. Hm, hm, hm. Und dann haben wir einen Heiltrank. Jetzt... ...können wir die Haar geboten nehmen. Nein! Ich wollte das doch noch nehmen! Tag 5. Um Gottes Willen. Geheilt? Ach, der Knöchel ist schon wieder geheilt? Wie geht dat denn so schnell? Ich fühle mich heute stärker. Ich glaube, ich kann jetzt klettern. Wissen. Dein Wissen kann dich retten. Durch einigen Taten und Hintationen mit anderen Personen... Ach, hier treffen wir sogar noch welche? Ach! Mehr über die Welt zu... ...äh... ...erfährst? Schaltest du Wissen zu Personen... ...Worten, Hinten, Hinten und Hinten frei? Aha, aha, aha. Aha, okay. Also halt auch immer ein bisschen nett sein zu den Leuten. Informationen sammeln sowieso, ist ja klar. Und, äh... Waren hier nicht auch noch irgendwo gleich Hagebitten? Da! Jetzt können wir die nämlich sammeln, komischerweise. Acht Stück. Acht Stück. Jetzt haben wir eigentlich dann 16, ne? Möchte ich mir die da oben aber auch noch eigentlich ganz gerne... Oh, jetzt... Ah, jetzt können wir auch wieder laufen. Vernünftig. Zack. Die nehmen wir auch noch mit. Und die ebenfalls. Sollte dann reichen. Ich weiß, da oben sind jetzt auch noch welche, aber... Ich denke doch mal, das sollte erst mal... Erst mal reichen. Wir können hier noch ein paar... Stock. Zweig. Machen wir noch mal ein kurzer Ding. Damit wir uns hier noch mal ein bisschen, äh... kochen können. Die Hagebrot hin. Ich hoffe jetzt nur, das reicht überhaupt, dann. Lagerfeuer ist aus. Einmal bitte anzünden. Oh mein Gott, wie oft haben wir das vorher schon entfacht hier, wa? Das ist ja... Der Burner schlechthin. Ja, aber... Was willst du denn nun machen, ne? Was willst du denn nun machen? Und das... Also ich muss sagen, äh... Jetzt, wo man so dann auch langsam ein bisschen reinkommt... Dass man halt auch immer mal wieder ein bisschen nachschauen muss... Äh... Was ist jetzt noch zu tun? Was sollten wir noch machen? Okay, das muss man natürlich auch erst mal ein bisschen... Wissen. Aber wie gesagt, wenn man dann erst mal drinnen ist, äh... Ja, dann geht's doch. So einigermaßen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Stocker. Die werden wir mal raufpacken. Eine halbe Stunde haben wir jetzt. Können wir uns jetzt die Hagebutten machen? Nee, geht doch gar nicht. Fackeln nehmen. Ja, wie kann ich das denn... Wie kann ich das jetzt nur ablegen? Der Schmerzlinder... Ja. Ach, wir haben jetzt auch gar nichts mehr. Achso, ach, darum vielleicht... Oh, ich muss mal kurz niesen, Leute, glaube ich. Oder? Ja. Ich glaube, das geht doch wieder. Meine Güte. Äh, wenn wir dann aber schon das Feuer haben... Möchte ich doch ganz gerne nochmal hier einen halben Liter. Was soll's. Und den dann auch noch probieren, gleich abzukorren. Zack. Komm schon. Ja, das wird aber was. So, jetzt haben wir nochmal... Jetzt haben wir nochmal fast 10 Liter. Das ist sehr gut. Okay, dann werden wir mal erneut probieren, jetzt hier hochzuklettern. Vielleicht gelingt es uns ja jetzt. Dann können wir ja auch noch gleich die Hagebutten hier mitnehmen. Irgendwo war... War das hier oben nicht auch? War hier nicht auch so ein Strauch? Ach, hier. Zwei Stück. Drei. Das ist gut, das... Sollten wir auch... Sollten wir auch... Auf jeden Fall mitnehmen. Noch. Was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir nicht. Und wir klettern erneut nach oben. Komm schon. Ja, das sieht doch gut aus. Wir sind oben. Wir sind oben, Leute. Wir sind weg. Von der Absturzstelle. Endlich. Oh, davon kriegst du aber... Reichlich, ne? Na gut, man weiß ja jetzt auch nicht, wie viel man dafür braucht zum Abkochen. Damit er dann reicht, um Schmerzen zu lindern. Wir können uns ja die Stelle nochmal anschauen, wenn es dann... Da unten waren wir. Ganze fünf Tage. Oder vier, ja. Eigentlich an der Zahl. Letztes Jahr Tag fünf. Und ich bin... Ach Gott, ich gehe das ja noch höher. Ach du Heiliger. Ich nehme das jetzt doch alles mit hier, ne? Das Siegknall hat durch. Kann ich nichts. Huch. Da kann ich gar nichts. Äh, ich wollte ja noch eigentlich die... Naja, okay. Dann lassen wir jetzt doch einen Busch aus. Hier haben wir noch mehr. Vor allem, du kriegst jetzt acht Stück. Da waren noch bestimmt... 15, 16 dran. Wieso sind da... Das ist doch manchmal gar nicht auf Deutsch. Was ist denn das hier für ein... Kau... Da. Was... Verstehe ich nicht. Manchmal ist es halt auf Deutsch und manchmal nicht. Doch ein bisschen merkwürdig gerade, ne? Sollte ich vielleicht nachher... Zur nächsten Folge hin nochmal ein bisschen erst, äh, schauen in den... Optionen. Da war doch jetzt eben wieder auf Deutsch, ne? Habe ich eben gar nicht so schnell sehen können. Mal die Putten sammeln. Alter, wie viel haben wir denn davon jetzt schon? Natürlich... Hier ist ja noch mehr. Von dem Flugzeug. Ach du Scheiße. Aber... Wo sind denn eigentlich die... Mit die wir hierher geflogen sind? Also die... Astrid. Die Leiche ist ja nicht zu finden. Das heißt, sie muss ja eigentlich noch... Oh, da hängt das Flugzeug. Alter. Krasses Scheiße, oder? Ich hoffe, Astrid ist nicht da drin. Na, ich glaube nicht, dass die da noch drin ist. Oh. Ich sehe, dass du es noch weinigst. 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 Your ring. Our ring. Oh. Ja. Ich meine... Ich habe gerade vergessen. Ich gehe es aus. Ich gehe es aus. Ich gehe es auch. Warum? Was? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and just drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to say. Mackenzie, not now. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. Uh oh. That is not good. What's going on? Power's gone. The whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? No. There must be signs of Astrid around here somewhere. Okay. Okay. Da bin ich mal gespannt. Was wir hier noch finden werden? Ein Flugzeug. Erstmal sollen wir hier noch ein bisschen Holz ein. Was sagt denn eigentlich das Gewicht? Wir können ja... Oh, wir können ja noch reichlich tragen. Na gut, momentan haben wir eigentlich... Absturz. Ach so, abgestürztes Flugzeug. Jajaja. Erstmal, ich muss noch mal ein paar Stocker mit hier. Falls das mal wieder so weit ist und wir ein Feuerchen machen müssen, dann haben wir das gleich wenigstens schon mal auf Tash. Stoff. Guck mal hier, Altholz. Das ist gut. Ja, so hättet's nicht enden sollen. Und sie waren ja wohl anscheinend mal verheiratet, so wie das ausschaute. Tragen auch noch beide ihren Ring. Und vielleicht nimmt die ganze Geschichte, diese Story hier von The Long Dark, vielleicht nimmt das ja sogar noch ein richtig schönes Ende. Ich würde mich freuen drüber. Aber momentan... Oh, ne Downweste. Aber momentan dürfen wir halt einfach nur erst einmal gespannt sein. Und wir sollten uns vielleicht auch mal ein bisschen was anziehen, ne? Wir haben auch jetzt alles schon hier. Ein bisschen. Guck mal hier. Die Weste. Äh... Nein! Die Weste. Dann einmal das noch mit rüber. Ging das jetzt überhaupt? Haben wir die noch an? Ja, tatsächlich. Ist das... Unter Kühlungsrisiko? Ah, weil das gefroren ist, ne? Bestimmte Scheiß. Okay, was sagen denn die Socken hier? Die Haltbarkeit der Socken. Da ist alles gefroren. Das brauchen wir uns nicht anziehen. Die ist noch ein bisschen nass hier, ne? Das sollte vielleicht noch gehen. So haben wir aber nichts weiter, ne? Nein, leider nicht. Okay, uns ist eh schon total kalt wieder. Leute, und ich würde sagen... Ob da tatsächlich noch irgendwelche Sachen zu finden sind... Von... Astrid. Das und noch mehr gilt es wohl im nächsten Part rauszufinden. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Werde mich wie immer natürlich hier bedanken an dieser Stelle für Zusehen. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Nein hier. Also... Dopp… Genau hier. Abergla... Das ist nicht. Of den Kopf von... Glocke.